Fast-Food-Ketten wie McDonald's sind weltweit bekannt für ihre schnellen und bequemen Mahlzeiten. Doch hinter den verlockenden Burgern und Pommes verbergen sich manchmal weniger appetitliche Details über die Inhaltsstoffe. In diesem Video werden acht bedenkliche Stoffe in den Produkten von McDonald's beleuchtet, die Anlass zur Sorge geben könnten. Giftmischer McDonald's – acht ekelhafte Stoffe in Burger und Co. 1. Ammoniumhydroxid in Fleischprodukten Ammoniumhydroxid, ein chemischer Zusatz, wird verwendet, um Bakterien in Fleischprodukten zu bekämpfen. Dieser Stoff, der auch in Reinigungsmitteln und Düngemitteln vorkommt, kann jedoch BI-Menschen zu gesundheitlichen Bedenken führen. Es gibt Befürchtungen, dass die langfristige Aufnahme dieser Chemikalie negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. 2. Azodicarbonamid in Burger Buns Azodicarbonamid, ein Bleichmittel und Teiglockerungsmittel, findet man in einigen Burger Buns von McDonald's. Dieser Zusatzstoff, der auch in der Herstellung von Schaumstoffen und Kunststoffen verwendet wird, steht in der Kritik, weil er bei der Verarbeitung potenziell schädliche Nebenprodukte freisetzen kann. In einigen Ländern, darunter die Europäische Union und Australien, ist dieser Stoff in Lebensmitteln verboten. 3. Phosphatzusätze in Getränken Phosphate, häufig verwendet in kohlensäurehaltigen Getränken, können BI übermäßigem Konsum zu gesundheitlichen Problemen führen. Sie stehen im Verdacht, das Risiko für Herzerkrankungen zu erhöhen und könnten bei Personen mit Nierenerkrankungen problematisch sein. Der hohe Phosphatgehalt in vielen Fast-Food-Getränken kann zur Überschreitung der empfohlenen Tagesdosis führen. 4. Künstliche Farbstoffe und Aromen Viele Produkte bei McDonald's enthalten künstliche Farbstoffe und Aromen, um Aussehen und Geschmack zu verbessern. Diese Zusatzstoffe sind zwar weit verbreitet und von den Behörden genehmigt, aber es gibt Bedenken hinsichtlich ihrer langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere im Hinblick auf allergische Reaktionen und Hyperaktivität BI-Kindern. 5. Stark-fruktosehaltiger Maissirup in Saucen und Dressings Stark-fruktosehaltiger Maissirup ist ein häufiger Süßstoff in vielen Saucen und Dressings bei McDonald's. Dieser Süßstoff steht in Verbindung mit verschiedenen Gesundheitsproblemen, darunter Gewichtszunahme, Typ-2-Diabetes und Lebererkrankungen. Die Verwendung dieses hochverarbeiteten Süßstoffs anstelle von natürlichen Alternativen ist eine gesundheitliche Sorge für viele Verbraucher. 6. Silikonöl in Chicken McNuggets Ein weiterer kontroverser Inhaltsstoff in einigen McDonald's-Produkten, insbesondere in Chicken McNuggets, ist das Silikonöl, auch bekannt als Daimtylpolysiloxan. Dieses wird eingesetzt, um das Öl beim Frittieren vor Schaumbildung zu schützen. Obwohl es von Lebensmittelbehörden als sicher eingestuft wird, sorgt die Vorstellung, einen Zusatzstoff zu konsumieren, der auch in industriellen Prozessen verwendet wird, bei vielen Verbrauchern für Unbehagen. 7. TbHQ in Frittieröl Tertiär-Butylhydrochinon, kurz TbHQ, ist ein Antioxidationsmittel, das in den Frittierölen von McDonald's verwendet wird, um die Haltbarkeit zu verlängern und das Ranzigwerden des Öls zu verhindern. Während TbHQ in kleinen Mengen als sicher gilt, gibt es Bedenken hinsichtlich der Langzeitwirkungen einer regelmäßigen Aufnahme, einschließlich möglicher karzinogener und neurotoxischer Wirkungen. 8. Propylenglicol in Dressings und Sourcen Propylenglicol, eine chemische Verbindung, die auch in Frostschutzmitteln und Flugzeugenteisern verwendet wird, findet sich in einigen Dressings und Sourcen B.I. McDonald's. Es dient als Feuchthaltemittel und Stabilisator. Obwohl es von Lebensmittelbehörden als allgemein sicher angesehen wird, löst die Verwendung einer solchen Substanz in Lebensmitteln bei einigen Verbrauchern Besorgnis aus. Insbesondere im Hinblick auf allergische Reaktionen und Toxizität bei hohen Aufnahmemengen. Die Aufdeckung dieser acht bedenklichen Inhaltsstoffe in Fast-Food-Produkten verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich über das, was auf dem Teller landet, zu informieren. Eine bewusste und informierte Entscheidung über die Ernährung kann einen wesentlichen Einfluss auf die langfristige Gesundheit haben. Teile Deine Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn Dir das Video gefallen hat, teile es und abonniere unseren Kanal. Vielen Dank! Vielen!